Gut. Wir haben gestern hier eine Menge Quests gemacht. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier die einen noch annehmen. Äh, 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 äh. Abhaken, Freund. Der Generalschlüssel holt Mährensens Generalschlüssel und befreit damit acht gefangene Vulpera. Finde da draußen bloß nicht den Tod. Wo ist Mährensens? Ist das der? Ne. Wo ist denn Mährensens? Da drin. Wahrscheinlich. Ja. Ja, wenigstens können wir dann hier drinnen die Vulpera direkt befreien. Tag. Niemand wird eure Schreie hören. Ich könnte das gleiche auch sagen. So. Eins, zwei, drei. Ja, den Rest mache ich dann oben. Oben sind ja auch noch genug. Im Eingangsbereich. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, da drüben. Ich habe gedacht, ich muss wegen den letzten zwei jetzt noch großartig in die Höhle rein. Quests abgeschlossen. Quests abgeschlossen. Ähm. Ich bin draußen. Erst Akundas. Hallo. Scheiß-Phasing. Benötigt dir irgendwas? Weiter. Quest beenden. Und... Hier ist irgendwo eine Kiste. Aschenwindschätze. Hoch. Ich muss dazu hier rein. Scheinbar. Eine schöne Lorenfahrt. Die nicht genau an die Schienen angepasst sind. So. Ähm. Wo müssen wir denn hin? Darüber. Da wartet Randall. Rotmond. Rotmond. Ähm. Plus Grid. Wir nehmen die Hände und ziehen sie auch direkt an. Dann das hier. Beenden. Kapitän Hartford. Tötet Kapitän Hartford. Wurde gerade. Schatztruhe. Da ist eine Schatztruhe. Alles mitnehmen was geht. So. Der Kapitän ist auf seinem Schiff wahrscheinlich. Wer hat diesen Schmackkopf auf mein Schiff gelassen? Da bin ich aber jetzt sehr gekränkt, mich einfach so schwachkopf zu nennen. Ich habe auch Gefühle. Die Piratenkönigin wird mein Tod reichen. So. Ich glaube wir müssen einmal hier uns reinschleichen. Was kann ich für euch tun? Der Schatz des Kapitäns plündert Kapitän Hartford's Schließkassette. Ich habe immer das Meer im Auge. Weiter. Und das war es hier. Ich will keinen Piratenjob. Hehe. Tschüss. Äh. Meerestängel. Jo. Kann man mitnehmen. Und tschüss. Was hier drüben. Akundas Biss. Kann man auch mitnehmen. So. Wir sind jetzt hier fertig. Ähm. Eine seltsame Lieferung. Wir fliegen mal da hoch. Ich habe keine Ahnung was hier ist. Müssen wir mal schauen. Und wir fliegen eh hier drüber. Da können wir auch mal gucken. Ob es irgendeine neue Quest noch gibt. Nö. Nein. Gibt es nicht. Das hier brauchen wir erstmal nicht. Was war das? Iniquest brauchen wir auch erstmal nicht. Hier drüben. Pfiffblütenoase. Die Oasen von Vuldoon sind eine wichtige Ressource. Wir müssen sie sorgsam pflegen. Runter. Da. Bitteschön. Grüßt die Goldhauer Bande. Lernt das Personal des Goldhauers kennen. Trefft euch mit Grenia. Hallo. Ähm. Eure Kopfbedeckung gefällt mir. Ja. Hier drüben. Stellt euch höflich vor. Und hier drüben. Äh. Grüße. So. Wir haben uns vorgestellt. Hey Mann. Drecksarbeit und billiger Fusel. Sammelt 20 Einheiten. Ätzendes Skorpidblut. Von Schnapptötern am Todmannspass. Rankas verschollener Freund. Findet Zulsan am Todmannpass. Und hier drüben. Gesucht Teilnehmer für Cobra Ausflug. Tötet Zephris. Oh. Gibt es hier draußen noch eine Quest? Da oben ist Zephris. Wir müssen sie sorgsam fliegen. Äh. Also direkt hin. Wie viel Leben? 359.000. Pff. 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 Das sah jetzt schon etwas komisch aus. Betäubste und zack dickste Flach da. Pff. Ja, die ganzen Elite-Quests in Lassmir haben wir ja gar nicht gemacht. Oh, da habe ich ja, glaube ich, gesagt, die machen wir irgendwann mal. Herr Lindner, Schaden um 175% erhöht, geht es noch, mein Freund? Das müssen wir schon mal den hier machen. sehr schön und wir können kirchnern. so. Wo ist das andere? Die Oasen von Woldun sind eine wichtige Ressource. Hier rüber müssen wir dazu. Pff. Ist ja auf einmal richtig dunkel geworden. mag nicht, wenn es dunkel ist. Nein, nein, nein. Hier ist Skarpitblut. Kommt her. Vier. Wie viel hat der Große? 2. Da können wir auch die kleinen Kehlen. So, was müssen wir hier noch alles machen? Zulzans zerbrochener Schädel. Das wäre dann hier in der Mitte wahrscheinlich. So. 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 Wir müssen hier rein. Würde ich mal sagen. Ähm. Hallo. So. 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 Warum haben die mich denn jetzt gesehen? So, abgeschlossen. Da ist der Schädel. Gut, Schädel haben wir auch. Dann einmal in die Luft. Und der steht jetzt hier und wartet. Hätte er mir auch helfen können. So, beenden. Beenden. Und ich würde sagen, wir holen hier oben noch das... Ne, 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 ne. Nein. Lasst mich einfach in Ruhe, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich nur das Kräuterzeug da holen. Kräuterkundezeug. Wir machen morgen weiter. W Baum. Was. Wenn. Ich har.